Hallo, ich bin Annabelle Whitney und ich spreche bei dem Sichtbarkeitverkauft Online-Kongress von Christine Schlonski. Und ich kann dir eins sagen, wenn du die Sichtbarkeit möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du mit Herzen verkaufst und wenn du von mir wissen möchtest, wie du das machen kannst, wenn du auf der großen Bühne stehen möchtest, wie du dein Herzensbusiness mit Keynote-Speaking verbindest und lass mich dir schon mal von vornherein sagen, das ist eine Liebeshochzeit. Dann darfst du dieses Interview nicht verpassen mit mir und Christine, vor allem aber darfst du diesen Kongress nicht verpassen. Sichtbarkeit verkauft, sei dabei.